Jindo Badek meine Freunde was geht der Po ist wieder am Start und zwar sind wir heute in MW wir spielen heute gegen den lieben Vayne ein 101 ja also es gab schon mal auf dem Kanal hier jetzt gibt es die Revanche by the way ist meine zweites Spiel MW vorher nie gespielt also nicht ihr wisst schon ausreden komm immer so starten wir rein also wir spielen bis 20 101 auf Rust erstmal auf seiner Map danach auf meiner Map und ja schauen wir mal also wenn ich so 10 Kills mache bin ich top also bin ich zufrieden aber da geht mehr ne guck mal hier unterwegs wenn ich so 10 Kills mache bin ich top normal 10 10 Kills ist stram gott von ich Bro den Kills Digga wo ist meine Klasse hier Alter nix auf die Schnauze hast du mit Radar oder ohne eigentlich ich hab mit okay wild 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 der erste Spawnpunkt ist eh easy aber Bruder das ist kacke Digga ich geh wir sind nicht hier Spawn frei für alle wir haben Zeit mal was man draufhast äh Digga er rutscht nicht ich hab auch gleich angerissen Abfahrt Alter Abfahrt Alter Abfahrt hey geh doch hier rauf man ich hab gar nicht auf Minimal uuuuuh let's go Alter ok 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 er wird Stress er wird Stress er wird Stress bleib da bleib da ah ok ahhhh ahhhh ja moin Digga er ist am feier jetzt jetzt hat er scheiß Spot frag mich scheiße Digga ich bin gefickt jetzt wo bist du Digga jawoll Alter jawoll scheiße 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 ah du hast mich voll Dings einfach zerstört out outplayed safe uuuuuh was ein Predict jaa jaa wow wow hab ich die Truppe jaa als ob Digga Digga mein Spieler ist nicht gerutscht so wie ich wollte ja ok ich bin die Spieler ich wie steht's 8-3 Digga shit man nein Junge Digga ich kassier full Schock gar nicht also ich fülle meinen Schot zwar nicht das ist zu 70% da höchstens oh hehehe los da los Digga oh Junge Digga jaa da sind die 10 Kölz Leute Digga Comeback jetzt Comeback des Jahres comeback des Jahres comeback jaa ah scheiße nein alter der war so low ey das war so schlecht den lass dich nicht zuken 17 10 Predict ich habe versucht aber da kommt der angeflogen oh shit oh shit oh shit oh shit nein ich bin im Bild unterwegs gerade nein Digga nein ich dachte jetzt Comeback des Jahres hast du auch gegen den Pfeiler geschossen? ja ich habe sogar gegen den Pfeiler gerutscht Bro oh oh der letzte war böse Digga 20 13 Digga da ist noch Luft nach oben da ist noch Luft nach oben da ist noch Luft nach oben jaa der schreit jaa sagst du dein Titel war mein Gameplay oh 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 shit das kacken wir raus richtig für Digga das kacken wir raus Digga erste Runde geht für an Vayne für Vayne ja moin zweite Runde was zocken wir was sagst du Speedball Speedball ist gut schnell und knackig könnte böse für jemanden Digga wenn man im Spawn ist aber P-Map ist nice schnell und kackige ja schnell und kackige zweite Runde ne ne schnell und knackige zweite Runde ne 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 PI ne 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 Fett zu mir meistens. Ja. Kenn dir. Warum machst du nach Starter? Das ist wirklich nicht klar. Oh nein. Oh nein, jetzt wird es ganz gefährlich. Oh nein, 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 nein. Hä? Oh! 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 Oh nein. Der war böse, Digga. Digga, ich hab ihn geflügt. Boah, das reicht nicht. Ich hab die Opa, Alter. Die Map ist einfach wild. Ah, f***. Der war nice, Bro. Der war echt nice. Oh, Alter, was? Wenn man einmal in der Mitte ist, das geht so ab auf dein Map. Das ist richtig nice. Digga, Mann. Nein. Alter, Jungs. Ich bin gerade am Feuer und also mein Schott sind arm da. Arm da. Arm da. Mein Schott sind arm da. Er drückt mit Quart jetzt. Hätte ich den Woll? Okay. Oh, f***. Kino, Bro. Oh, du spielst ja mal mit Beggy, Digga. Das ist nicht so. Oh, du spielst ja mal mit Baggy, Digga. Baggy, schau. Baggy, schau, Digga. Jetzt f*** ich, ich rede zu viel, Digga. Aber schon mal gut alles. Jetzt 13 nach, Digga. Nicht gut. Oh shit, hast du mir den gedrückt, Digga, ich war auch... Ja, ich hätte, aber ich... Oh, Digga, ich musste nachziehen, was soll das denn? Fuck, man, da kann man durch Ballbang durch die Mitte. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie laut du Leben gemacht hast. Pff, boi, Digga, das war so schlecht geplayt. 30 Prozent. Genau so einen hab ich dir einfach auch gedrückt, Digga, das war... Oh, das war die Rache. Ah, Bro, erutscht. Damit hab ich nicht gerechnet. Ah, Mann, ey. Wie viel ging erst in der Runde aus? 20 Kreuzling. Nein, Digga, nicht nochmal, das wär... Nein, 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 nein. Ja. Ich war immer noch am produzieren, Alter. Nein, ey, komm, ein Kill mehr, ey. Nein, ey, ernsthaft, 2013, Digga, shit.